also das liebende h locker austauschen das ist mir aber vollkommen neu also mal abgesehen davon hat ich keine locker ist mir da eher der austausch von körperflüssigkeiten bekannt wie kommt man denn da oben drauf von dem vorsprung da weil wir müssen ja anscheinend dahin oder habe ich hier noch hähnchen ich muss auf dich drauf wie denn das von dem wo ich gerade das wird aber ein weiter sprung von dem hier kann ich dahin bestimmt hoffentlich das ist aber ein sehr weiter sprung alter ok geht ich habe was gehört was habe ich da gehört was habe ich da gehört ich habe keine ahnung was ich gehört wahrscheinlich wieder die stimmen in meinem kopf die haben überlegen ob sie wieder mit tetris anfangen wo auch ne ach ach ne ouch hast du davon so ok ich geh schon ich geh schon ich geh schon ich bin schon weg hast du gedacht ne hast du gedacht ne bäms ne den will ich bäms 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 nochmal bäms und nochmal bäms und ich warte die ganze zeit dass der andere mir den rücken haut tut er aber nicht interessant ok den hammer kriegen die anscheinend nicht so ohne weiteres geblockt das ist interessant kann ich habe doch irgendwo noch reiswein gesehen so apropos reiswein hat jetzt schon mal jemand probiert ich habe den noch nie probiert glaube ich ich habe keine ahnung wie das schmeckt du da komm näher ich kann rotkäppchen rückwärts ich kann das einmal eins bis zur elf ich ich habe jede menge verstand wirklich überzeugt mich um die sperre zu beseitigen wecke den frosch und leere seinen magen das da wecken was ist mit seiner zunge und den ganzen warzen und woher weißt du das ich sah wie es geschehen kann während ich schlief aha ähm what ähm what warte erstmal alter 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 nein auf den da genau auf den ja und ich glaube ich sollte weg ich kann nicht mehr weg was warum kann ich mich nicht bewegen ach so ich kann mich immer noch nicht bewegen hallo hallo steuerung wie ich konnte mich nicht bewegen null einfach mal null außerdem dächen das ging ich kann mich wieder nicht bewegen jetzt kann ich mich bewegen ah alter also was der scheiß trägt jetzt sollte weiß kein mensch ne da ja 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 du kriegst noch rein oh tschö 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 nein hau ab lass mich das ist mal ein kuss den ich nicht haben wollte so so alter mäh und der macht Zunge oh aber der andere ist weg das ist schon mal gut wo kommen denn die viecher hierher ouch ach ne die rose ist despawn ähm ja ja nein 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 pfui du stinkst weg weg ah what ah wo kommen diese missviecher her das ist doch ich treff das vieh nicht wie kacke ist das denn warte ähm äh ich komm mich wieder nicht bewegen äh warte nein so was wollte ich nicht ah gut dass das ding nicht kaputt geht da muss ich mit dem hammer drauf ne verdammt ok 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 der kampf ist scheiße warte aber ich bin ja schlauer geworden da ist auch noch so ein ding so einmal das was bist du ok tut sich nix weg mit dir ach der ist immer noch da so raus du ab so 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 was ist mit dir was bist du ok passiert nix ähm das sah effektiv aus aber das sieht auch glaube ich nur so aus ähm ach so der kollege ist da unten ok ähm wie komm ich denn da hinten hin warte so wie komm ich denn da hinten hin kann ich hier noch irgendwie hoch ich werde nicht wieder groß warte 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 lass mich einfach mal ich muss mich hier mal umgucken ich muss da irgendwie da hoch was bist du nix och guck mal ich bin weg tschö es geht nicht da durch aha da ist auf jeden Fall schon mal ein Symbol mit einer Kette und wo ist es denn da und hier ist aber noch eine Flasche Gin Prost ähm und hopp wo wo denn hin hä ok da nicht hin da hin ah so erstmal die Sput so dann Kette ziehen Kette ziehen macht der Frosch jetzt was nö aber guckt mal da ok so weit kann ich nicht ballern vielleicht muss ich weiter hier rüber nö 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 ist wohl noch zu früh ähm also ich hab jetzt Kette was hat die Kette denn gemacht überhaupt aber ich hab noch gar nicht gezogen hä äh da ist ein Moment da geht so und schwingen die Dinge schwingen dein Ding einmal rum kann aber nicht da rum weil der schwarze Scheiß der im Weg ist wie krieg ich den schwarzen Scheiß da weg alter ist das laut gerade ok so krieg ich den schwarzen Scheiß nicht weg was hat das mit dir auf sich hm 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 warte so hm 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 fiktiv nicht der weg vielleicht von hier aufgeladen nö aufgeladen auch nicht oder muss ich das so timen das glaub ich aber nicht hm so das denn jetzt alter ist das laut ähm warte mal ne das krieg ich gar nicht so getimed das muss irgendwie weg das muss irgendwie weg Frage ist wie guck mal ich hab dir da was hingeworfen hm hm ich fürchte ich muss den Limmel da unten weiter bekämpfen hm ich mein das haben wir ja schließlich schon mal gemacht so ist das ja nicht ja und jetzt haben wir auch ähm wow das ist falsch getimed jetzt au ok mein regenschirm funktioniert nicht aber das hat funktioniert ich wollte weg 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 ich mag den zungen schlag nämlich nicht von dem ok ok noch ein gesicht weg ok noch ein gesicht weg so schnell kann ich gar nicht knöpfchen drücken aber er sieht schon ziemlich angeschlagen aus würde ich sagen das sah gut aus oh oh das kennen wir doch das kennen wir doch Warte 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 Wow Und? Wie oft muss ich da drauf hauen? Wie oft muss ich da drauf hauen? Wie oft muss ich da drauf hauen? Wo kommst denn du jetzt her? Ich seh nix. Kamera. 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 Okay. Wo kam dieses schattenartige, keine Ahnung, was Mückenvieh denn auf einmal wieder noch her? Alter Fille. Na gut, aber cooler Kampf. Cooler Kampf. Hat mir sehr gut gefallen. Und, 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 boing. Dann tun wir mal den Gong schlagen. Ding Dong. E Okay. Bis zum nächsten Mal.